Vielen Dank, Herr Kollege Fromm. – Nächster Redner ist der Kollege Frank Diefenbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist der Kollege Frank Diefenbach. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Zug des hessischen Schulwesens fährt nach unserer Ansicht in die richtige Richtung. Es gibt sehr viele Waggons und Teile dieses Zuges. Zurzeit befinden sich an Bord 2.006 Schulen, allgemeinbildende und berufliche Schulen, rund 812.000 Schülerinnen und Schüler und in etwa 61.600 Lehrerinnen und Lehrer. Die Elternschaft, Schulleitungen, Schulämter und zum Schulwesen, in diesem Sinne auch die Schulträger und das Kultusministerium. Dieser große Zug fährt für unsere Meinung in die richtige Richtung, da er in dieser Ausnahmesituation, die durch das Coronavirus ausgelöst wurde, die schulpolitischen Weichen richtig gestellt hat. Aber genauso wichtig wie die richtige Richtung ist auch die richtige Geschwindigkeit, mit der dieser Zug fährt. Denn ohne Augenmaß und Voraussicht kann ein solch großes Gefährt leicht aus der Spur geraten. Wichtig ist jetzt, dass wir diesen Kurs zunächst einmal beibehalten. Wir haben großes Verständnis und Empathie für diejenigen, deren Kinder jetzt wieder zur Schule gehen und unter welchen Verhältnissen das geschehen muss. Wir haben großes Verständnis und Empathie für diejenigen, die in den Familien dadurch große Organisationsprobleme haben. Sicherlich stimmt es auch, dass in den Familien derzeit die organisatorischen Probleme vielleicht sogar größer sind als vor den Schulöffnungen, weil die individuellen Familiengestaltungsprobleme fraktionierter, differenzierter usw. sind. Das ist richtig. Es kann aber kein Grund sein, den Präsenzunterricht wieder zurückzuschrauben. Wir müssen uns sozusagen dem Ziel von mehr und mehr Präsenzunterricht, je nachdem wie die Situation ermöglich, annähern. Deshalb müssen wir die Familien bei diesen schweren Vorhaben unterstützen, auch wenn es zunächst einmal zurzeit schwierig ist. Diese Schwierigkeiten sehen wir, und deshalb wollen wir da auch Hilfe leisten. Das Recht auf Bildung ist ein hohes Gut, und wir brauchen jetzt keine theoretischen Grundrechts- oder Rechtsgüterzuordnungen, wie wir das am letzten Mal diskutiert haben, sondern wir müssen alle Anstrengungen darauf richten. So gut es irgendwie möglich ist, dieses Recht auf Bildung zur Geltung kommen zu lassen, und wir müssen uns auch dem Problem der Bildungsgerechtigkeit bzw. der Ungerechtigkeit widmen und dieses Gut, dass wir sozusagen bildungsgerechte Zustände schaffen, auch immer vor Augen halten. Das ist vollkommen klar. Unterrichtsersetzende Maßnahmen können Unterricht in der Präsenz nicht gleichwertig ersetzen. Deshalb wollen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, so viel regelmäßigen Präsenzunterricht wie möglich zu erhalten und zu entwickeln. An der Stelle frage ich mich nur, Herr Degen, soll das das HKM, das Kultusministerium, zentral für alle Schulen zentral entwickeln? Sie haben davon gesprochen, dass es sozusagen problematisch wäre, an den Schulen vor Ort die Pläne zu gestalten usw. Das ist teilweise richtig. Natürlich. Alle Schulen haben verschiedene Schülerzahlen, sie haben verschiedene Parallelklassen pro Züge, sie haben verschiedene Raumsituationen usw. Dann macht es doch viel mehr Sinn, wenn man Leitlinien vorgibt und die Schulen vor Ort das individuell subsidiär lösen lässt, als das vom HKM vorzugeben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Lassen Sie die Zwischenfrage zu, Herr Abg. Nein, vielen Dank. Momentan nicht. Auch, dass es kein Hygienekonzept vor Schulöffnung gegeben hätte, ist ja nicht richtig. Es mag als knapp eingeschätzt werden, das ist Ihr gutes Recht, aber es war vorhanden. Wenn ich mich richtig informiere, musste man erst einmal abwarten, was die Bund-Länder-Konferenz an Vorgaben entscheidet. Damit in der Schule alles gesund bleibt und alle gesund bleiben, ist es wichtig, auch hier das Abstandsgebot einzuhalten. Es ist übrigens auch ein wichtiges Lernziel, das den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, damit es die Eltern, sofern sie es nicht tun, zu Hause auch tun. Das gilt umso mehr für unterrichtliche Situationen, in denen gesprochen wird, in denen aber das Maske-Tragen aus pädagogischen Gründen nicht vorgeschrieben wird. Es ist eine große Errungenschaft bürgerlicher Gesellschaften seit der französischen Revolution, dass Menschen im doppelten Sinne des Ausdrucks auch Gesicht zeigen, wenn sie miteinander kommunikativ interagieren. Deshalb gilt im Unterricht wie auch im Plenarsaal, Mund-Nasen-Schutz ist keine Pflicht, Abstand halten aber umso mehr. Aber klar sein muss jetzt auch, wer die bedingungslose Öffnung der Schulen und die uneingeschränkte Rückkehr zu einer vermeintlichen Normalität fordert, der verkennt die pandemische Grundsituation, in der wir uns derzeit befinden, und der verwechselt die bislang erfolgreichen Präventionsmaßnahmen mit einer Situation, in der es gar kein Risiko durch ein Virus gäbe. Deshalb fordern wir die Landesregierung natürlich auch immer wieder auf, die Situation regelmäßig neu zu bewerten und sobald es die Situation verantwortbar zulässt, weitere Schritte in die Wege zu leiten, die noch mehr Präsenzunterricht zulassen. Die Corona-Krise hat den Schulen einen vorzeitigen Digitalisierungsschub verpasst, das ist klar, und auch die Herausforderung geschaffen, diesen Digitalisierungsaspekt zu gestalten, auch das ist klar. Gut ist, dass jetzt alle wichtigen Gremiensitzungen in den Schulen auch mit Unterstützung von beispielsweise Videotools abgehalten werden können, wenn es die Situation erfordert. Es ist ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der institutionellen Abläufe innerhalb der Schulverfassung. Beispiele hierfür sind das Prozedere bei der Schulaufnahme, Schulkonferenz oder Klassenkonferenz. Zwischen Bund und Ländern wurden jetzt neue Gelder für die Anschaffung digitaler Endgeräte vereinbart, was wir gerade beschlossen hatten. Die geplanten 37,2 Millionen € des Bundes für Hessen und die Aufstockung um 5 % können sich erst einmal sehen lassen. Es ist eine Übererfüllung der 10 %, die von Hessen hier verlangt wird. Zusammen mit den zitierten 88 % der Schülerinnen und Schüler, die laut dieser Telekom-Studie über einen Anschluss verfügen, ist das zunächst einmal eine Grundlage, auf der man dann weiter sehen kann. Niemand, das ist richtig, soll durch die Umstände der Corona-Pandemie in der Schule einen persönlichen Nachteil erhalten. So wollen wir beispielsweise, dass alle Schülerinnen und Schüler grundsätzlich ins nächste Schuljahr versetzt werden. Sitzenbleibend gibt es also erst einmal in diesem Schuljahr nicht, sondern nur freiwilliges Wiederholen, sofern es die Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Erziehungsberechtigten auch möchten. Schülerinnen und Schüler können sich also trotzdem natürlich verbessern. Aber als Grundsatz gilt, niemand soll auf Dauer einen Nachteil von der Corona-Lage haben. Deshalb ist es auch gut, dass die Art und die Anzahl der Leistungsnachweise flexibel gehandhabt werden kann. Ich möchte an dieser Stelle einen ganz großen Dank an alle richten, die an den hessischen Schulen arbeiten, an die Sozialarbeiterinnen, die Schulpfarrerinnen, die Psychologinnen und alle, die in multiprofessionellen Teams mitwirken. Ganz besonders danke ich auch den hessischen Lehrerinnen und Lehrern, die, wie meine Kolleginnen und Kollegen am Gymnasium Michelstadt, alles geben, um auch in diesen Zeiten dem Bildungs- und Erziehungsauftrag so gerecht wie möglich zu werden. Dieses Lob musste an dieser Stelle einmal sein, denn jetzt um diese Zeit würde normalerweise auch den Besucherrängen einer Besuchergruppe, die Klasse 8e, vom Gymnasium Michelstadt, sitzen. Deshalb musste das an dieser Stelle einmal erwähnt werden. Beifall bei der SPD und der LINKEN Der Lehrerberuf ist ein anstrengender Beruf, der durch Corona wird nicht leichter. Deshalb müssen wir diejenigen unterstützen, die in Hessen Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. Aus diesem Grund ist es auch richtig, dass wir jetzt den angehenden Lehrerinnen und Lehrern im Vorbereitungsdienst die Möglichkeit bieten, eine theoretische Prüfung statt eines abschließenden Unterrichtsbesuchs zu ermöglichen, wenn sie das möchten. Niemand, das ist zum Schluss meine Feststellung, die für mich wichtig ist, hat sich diese Pandemie gewünscht, auch in der Schule nicht. Es gibt sicherlich an vielen Stellen immer Vorschläge, die gemacht werden sollen, und es ist vollkommen klar, dass alle politischen Kräfte in dieser Krise und Institution ihre wichtige Aufgaben haben, auch die Opposition. Wir wünschen uns, dass die Schule für alle Schülerinnen und Schüler und alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an den Schulen arbeiten, vorangeht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Liefenbach. – Für die Fraktion DIE LINKE hat sich die Abg. Kula für eine Kurzintervention gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich finde, man kann Ihnen das einfach nicht durchgehen lassen. Sie stellen sich hierhin und danken zunächst allen Eltern. Sie haben Verständnis für alle Eltern und Familien. Aber bei dem Gesetzentwurf, den Sie mit eingebracht haben und hier vorgelegt haben, wurde nicht ein Schüler, nicht eine Lehrkraft und nicht ein Elternteil mit einbezogen. Das geht einfach nicht. Man kann Ihnen das wirklich nicht durchgehen lassen. Komplett ohne die Beteiligung von Elternverbänden, von Schülervertretungen. Das geht einfach nicht. Sie haben eine schöne Metapher von dem Zug der Schulpolitik in Hessen. Ich kann Ihnen eines sagen, was feststeht. Dieser Zug ist noch nicht elektrifiziert. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und vereinzelt BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. – Das waren deutlich unter zwei Minuten. – Herr Abg. Diebmach, möchten Sie erwidern? Liebe Frau Kula, ich bin nicht nur Lehrer, sondern ich bin auch Vater selbst. Die beiden Dinge, die Sie jetzt miteinander verrechnen oder miteinander ins Verhältnis setzen, haben für mich erst einmal miteinander nichts zu tun. Ich stehe hier und danke den Lehrerinnen und Lehrer für ihre Arbeit. Ich danke auch denjenigen Eltern, die unter erschwerten Verhältnissen jetzt ihre Kinder auch zu Hause im Homeschooling betreuen, und das ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe extra betont, dass die Organisationspläne der Familien komplizierter sind als vor Corona, komplizierter sind auch nach den Schulöffnungen. Das ist vollkommen klar, aber es geht kein Weg daran vorbei, wenn wir einen teilweise Präsenzunterricht wieder wollen. Deshalb danke ich natürlich allen Eltern, die sich um ihre Kinder kümmern. Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank. – Als Nächster hat das Wort der Abg. Scholz von der AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren! Man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Corona-Krise legt fundamentale Defizite der hessischen Schul- und Bildungspolitik offen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes und weiterer Verordnungen möchte die Landesregierung dem übereilten und unsystematischen Herunter- und Wiederhochfahren des hessischen Schulsystems im Nachhinein rechtliche Weihen verleihen. Dieser lässt jedoch erwartungsgemäß jedwede konzeptionelle Tiefe vermissen und wird weder den Erwartungen der Lehrer, Schüler und Eltern hinsichtlich ihrem Wunsch nach Planungssicherheit – wie Sie so schön schreiben – gerecht. Noch zeigt er den Schulen in Form präziser Verfahrensregeln ihre Handlungspraxis im Fall pandemiebedingter Schulschließungen auf. Da der Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Normalzustand derzeit noch nicht absehbar ist und derartige Ausnahmezustände in Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, wäre es gerade jetzt an der Zeit, einen von der Landesregierung zu entwerfenden konzeptuellen Rahmen im Hessischen Schulgesetz zu verankern, welcher für alle Akteure unseres Schulsystems neben Rechtssicherheit auch die personellen, räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt, welche die Erfüllung der Schulpräsenzpflicht auch in Zeiten der Pandemie gewährleistet. Diese Gelegenheit haben Sie jedoch verpasst. In der Tat sind temporäre Anpassungen bestehender gesetzlicher Bestimmungen sowie Verordnungen an den gegebenen Ausnahmezustand für einen Rechtsstaat unerlässlich. Dies bietet Ihnen zugleich eine willkommene Gelegenheit, nahezu unbemerkt Stolpersteine, welche der Durchsetzung Ihrer politischen Agenda rechtlich im Wege stehen, gleich mit aus dem Weg zu räumen. Meine kritischen Anmerkungen zu Ihrem Gesetzentwurf möchte ich anhand konkreter Beispiele belegen. Der Art. 1, Punkt 6 des Entwurfs bezieht sich auf § 58 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes und regelt den Beginn der Vollzeitschulpflicht. Der anzufügende Satz besagt, dass in den Jahren 2021 vom festgelegten Zeitraum und von der Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens abgesehen werden kann. Wohlgemerkt, dieses schulärztliche Gutachten ist das Ergebnis der in Hessen gesetzlich vorgeschriebenen Schuleingangsuntersuchung und wesentlicher Bestandteil des Schulaufnahmeverfahrens. Der Schuleintritt ist für das Kind sowie für seine Eltern ein wichtiger Übergang im Leben auf dem langen Weg seines Erwachsenwerdens. Fehler, welche an dieser entscheidenden Schnittstelle begangen werden, können ein Kind in seiner kognitiven sowie sozial-emotionalen Entwicklung irreversibel schädigen. Der Verfasser des Gesetzentwurfs scheint sich dessen offenbar nicht bewusst gewesen zu sein. Schuleingangsuntersuchungen werden aus guten Gründen von erfahrenen Ärzten, Kinder- und Jugenddiensten und örtlichen Gesundheitsämtern vorgenommen. Diese verfügen über ein geschultes Urteilsvermögen, welches ihnen zu diagnostizieren gestattet, ob sich ein Kind altersgerecht entwickelt hat und voraussichtlich den schulischen Anforderungen gewachsen sein wird oder ob ihm besondere Unterstützung zuteil werden muss. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine körperliche Untersuchung. Nein, es ist wichtiger Bestandteil z. B. für die Feststellung vorliegender Sprachdefizite, welche der Einschulung zum vorgesehenen Termin entgegenstehen können. Auf dieser Grundlage basiert die Entscheidung über die Empfehlung zum Besuch eines Vorlaufkurses zur Behebung der diagnostizierten Sprachdefizite bis zum Schuleintritt im darauffolgenden Jahr. Die schwarz-grüne Landesregierung will in einem anderen Gesetzentwurf, den wir heute also gleich behandeln werden, diesen bisher optionalen Vorlaufkursen verpflichtenden Charakter verleihen. Hierdurch erzeugen die beiden Gesetzentwürfe einen Zielkonflikt. Offenbar weiß die linke Hand nicht, was die rechte Hand bei der Landesregierung tut. Hierzu eine Empfehlung von unserer Seite. Gleichen Sie Ihre Gesetzentwürfe bitte intern ab, bevor Sie diese uns zur parlamentarischen Debatte vorlegen. Angesichts der traurigen Tatsache, dass in Hessen jeder vierte Erstklässler über keine hinreichenden Deutschkenntnisse verfügt, um dem Unterricht folgen zu können, ist das mögliche Aussetzen der schulärztlichen Untersuchung nur als verantwortungslos zu bewerten. Die Landesregierung steht daher in der Pflicht, die vollumfängliche Durchführung der Schuleingangsuntersuchung unter allen Umständen sicherzustellen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum nächsten Beispiel kommen. § 75 Abs. 1 des Hessischen Schulgesetzes erhält in Ihrem Entwurf den Zusatz, dass alle Schüler in der nächsten Jahrgangsstufe versetzt werden, falls die Eltern nichts einzuwenden haben. Endlich. Die linksgrünen Bildungskommissare haben es auf ihrem Siegeszug hin zur notenfreien Einheitsschule vollbracht, das noch Diskriminierende sitzenbleiben, zumindest für das laufende Schuljahr auszusetzen. Corona sei Dank. Meine Prognose, meine Damen und Herren, im kommenden Jahr wird man diese Entscheidung als gelungene Reform feiern und rechtlich verankern wollen. Meine Damen und Herren, wir befinden uns gegenwärtig erst einmal im ersten Schulhalbjahr. In Kürze werden alle Schüler unter besonderen Umständen wieder in unseren Schulen sein. Der Zeitpunkt der Versetzung ist zwar noch ein weiter Ferne, jedoch wird die gewährte Versetzungsgarantie bei vielen Schülern die Bereitschaft zur Verbesserung ihrer Unterrichtsleistungen merklich drosseln. Alle Schüler bekommen in diesem Halbjahr ein von Corona unbelastetes Zeugnis, auf welches man im zweiten Halbjahr zugreifen kann. Für Schüler, die sich im laufenden Jahr um die Verbesserung ihrer schulischen Leistungen energisch bemühen, kann die Klassenkonferenz unter Berücksichtigung der durch den Ausnahmezustand hervorgerufenen Belastungen die Versetzung beschließen, was bereits im Rahmen der gültigen Verordnungen möglich ist. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung wäre hingegen für leistungsbereite Schüler das falsche Signal. Den vielen Schülern, die dadurch trotz nicht ausreichender Leistungen versetzt werden würden, erwiese man damit darüber hinaus einen Bärendienst. Die AfD-Fraktion bekennt sich trotz der uns allen auferlegten Bedingungen des Ausnahmezustandes uneingeschränkt zur Geltung des Leistungsprinzips und wird daher keinen Beitrag zur Etablierung einer von Schwarz-Grün durch die Hintertür im Bildungsbereich eingeführten Schwächung desselben leisten. Lassen Sie mich zu mir zur Problematik des Lehrernachwuchses kurz ausführen. Wie Sie wissen, spricht sich unsere Fraktion bei jeder hierfür geeigneten Gelegenheit dafür aus, den angehenden Pädagogen während ihres Studiums, und zwar von Anfang an, zu ermöglichen, ihre Eignung für den Lehrerberuf in Form von regelmäßigen schulpraktischen Übungen auf den Prüfstand zu stellen und ausreichende Erfahrungen innerhalb des Schulbetriebes sammeln zu können. In der Krise rächt sich nun der Mangel des aktuellen Lehramtsstudiums, wo schulpraktische Studien bzw. das Praxissemester nicht von Beginn an, sondern erst am Ende der Studienzeit angeboten werden. Angesichts dieses Hintergrundes ist der Vorschlag, Unterrichtsbesuche durch die theoretische Diskussion der schriftlichen Unterrichtsvorbereitung zu ersetzen, sowie zukünftige Lehrkräfte ohne Nachweis ihrer praktischen Eignung zum ersten Staatsexamen zuzulassen als völlig verfehlt abzulehnen. Die Landesregierung scheint der Illusion zu unterliegen, durch Absenkung der Leistungsanforderungen für unsere zukünftigen Lehrkräfte den von ihr selbst verschuldeten Lehrermangel in den Griff bekommen zu können. Lehrkräfte sind Multiplikatoren. Daher muss Ihre Auswahl stets gelten, Qualität vor Quantität. Die AfD-Fraktion wird daher der weiteren Entwertung der Lehrerausbildung nicht tatenlos zusehen. Meine Damen und Herren, hinsichtlich der pädagogischen Sinnhaftigkeit sowie der Chancen- und Leistungsgerechtigkeit sind einige der Regulierungsvorschläge Ihres Gesetzesentwurfs überaus fragwürdig oder sogar kurzsichtig bis verantwortungslos zu bewerten. Die AfD-Fraktion erteilt diesem Gesetzentwurf in erster Lesung eine klare Ablehnung. Im Anschluss – das kam jetzt noch dazu – in aller Kürze eine Einschätzung des Schnellschluss- Entschließungsantrags der SPD, Tablets für alle, zur Erfüllung des Bildungsauftrages – auch unter Pandemiebedingungen und im Sinne der Chancengleichheit sollen alle Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten versorgt werden. Dem ist von unserer Seite absolut zuzustimmen. In Punkt 4 Ihres Antrags relativieren Sie Ihre Forderungen jedoch schon wieder. Die Geräte sollen nach bestimmten Kriterien unter der Berücksichtigung sozialer Ungleichgewichte verteilt werden. Diese Kriterien sollen dann die Schulen oder die Schulträger festlegen. Meine Damen und Herren, es kann und darf nicht sein, dass es die Aufgabe der Schulen und Schulträger ist, nach selbst aufgestellten Verteilungskriterien über die Bedürftigkeit zu befinden. Dies ist unter dem Aspekt des Gleichbehandlungsgrundsatzes abzulehnen. Die Lehrmittelfreiheit gilt ausnahmslos für alle Schüler, und zwar unabhängig von den Einkommensverhältnissen und der Einkommenslage der Eltern. Herr Abg. Scholz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, verehrte Frau Präsidentin. Daher ist wirklich jedem Schüler ein einheitlich konfiguriertes Endgerät zur Verfügung zu stellen. Für die Umsetzung dreht einzig und allein die Landesregierung die Verantwortung. Das gilt natürlich auch für die Lehrer, auf jeden Fall, und das ist schon lange überfällig. Darüber hinaus fehlt dem Antrag der SPD sowie der LINKEN der Zeitrahmen, in welchem die Zuteilung überhaupt erfolgen soll. Die AfD-Fraktion lehnt diesen Antrag ab, genauso wie von der LINKEN, und wird dem Antrag der FDP zustimmen. Ich freue mich aber auf die Diskussion im Ausschuss. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Scholz. – Für die Landesregierung hat Staatsminister Dr. Lorz das Wort. Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will jetzt der Versuchung widerstehen, mich an dem letzten Redebeitrag abzuarbeiten, obwohl der Kollege Scholz seinem schon manchmal wirklich nicht einfach macht, zu seinen Ausführungen zu schweigen. Mit diesem Gesetzentwurf reagieren die Regierungsfraktionen, wofür ich sehr dankbar bin, im schulpolitischen Bereich auf die Corona-Krise. Sie sehen schon quasi symbolisch an dem schieren Umfang dieses Textes – ich bin Frau Kollegin Kula dankbar, dass sie das noch einmal so plastisch herausgearbeitet hat –, welche Anpassung uns das Corona-Virus in allen Bereichen der Gesellschaft abverlangt und von wie vielen liebgewonnenen und im Normalbetrieb auch als unverzichtbar angesehenen Regeln und Gewohnheiten wir uns zumindest temporär verabschieden müssen, um diese Pandemie mit all ihren Auswirkungen in den Griff zu bekommen. Es ist mir der umfangreichste Gesetzentwurf, den ich jemals vor diesem Hohen Hause zu vertreten hatte. Dabei nimmt er gar keine grundsätzliche Veränderung der bildungspolitischen Weichenstellungen dieser Landesregierung vor, sondern er besteht eigentlich nur aus Öffnungsklauseln, Sonderregelungen und Ausnahmetatbeständen, die es den Schulen und der Bildungsverwaltung erlauben sollen, auf die durch die Pandemie bedingten Zwänge mit flexiblen Abweichungen vom Normalbetrieb zu reagieren. Meine Damen und Herren, ich bin schon erstaunt, wie viele diese Abweichungen vom Normalbetrieb irgendwie als Teufelszeug betrachten, als gäbe es diese Pandemie da draußen überhaupt nicht. Wir machen das ja nicht alles zum Spaß oder weil wir nichts anderes zu tun gehabt hätten. Wir müssen Dinge regeln, wie etwa die Vorbereitung der Zeugnisse, Notengebungen und Versetzungsentscheidungen, aber auch notwendige Einschränkungen bei der Gewährleistung der verlässlichen Schulzeit, die wir wirklich nicht gerne vornehmen, die aber einfach deswegen erforderlich sind, weil die derzeit einzuhaltenden Hygienebestimmungen und vor allem die Abstandsregelungen es unmöglich machen, alle Schülerinnen und Schüler unter Wahrung dieser solchen politischen Vorgaben im üblichen Umfang zu unterrichten und zu betreuen. Die Funktionsfähigkeit der schulischen Gremien, die uns gerade wichtig, lieb und teuer ist, Schulkonferenzen, Konferenzen der Lehrkräfte, Vertretungen der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler. Wir müssen einfach anerkennen, dass sie unter den gegebenen Verhältnissen nicht überall zu den gewohnten Sitzungen in Präsenzform zusammentreten können. Wenn wir ihre Arbeitsfähigkeit erhalten wollen, dann brauchen wir diese Option der elektronischen Zusammenkünfte. Schließlich der Bereich des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes. An dieser Stelle muss ich jetzt noch einmal auf den Kollegen Scholz eingehen. Da haben wir doch einfach das Problem, dass für die Meldung zur ersten Staatsprüfung die Vorlage eines Nachweises über die Teilnahme an solchen schulpraktischen Studien, Praktika, Praxissemester etc. erforderlich ist. Darauf will auch niemand verzichten. Aber diese Nachweise können einfach, wenn Schulen geschlossen sind, nicht erbracht werden. Die Alternative, vor der man dann steht, sagt man den Lehramtsstudierenden, dann habt ihr Pech gehabt, dann müsst ihr warten, bis das wieder geht. Oder wollen wir eine Regelung schaffen, damit daran jedenfalls nicht die Zulassung der ersten Staatsprüfung für die Lehramtsstudierenden scheitert. Meine Damen und Herren, das sind alles meiner Ansicht nach sehr wichtige und sinnvolle Anpassungsmaßnahmen, die auch nicht warten können. Prüfungen, Zeugnisse, Versetzungsentscheidungen und Noten stehen jetzt zum Schuljahresende und zum Schuljahreswechsel an. Ich könnte jetzt auch noch viel mehr davon im Detail eingehen. Aber ich habe schon entnommen, das werden wir gleich noch in der Ausschusssitzung machen. Dafür gibt es dann auch noch weitere Gesetzeswesen. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht in diese Einzelheiten verlieren, meine Damen und Herren, sondern ich will die Möglichkeit nutzen, noch einmal einen Blick auf das große Ganze zu werfen. Wir hatten dazu ja im letzten Kulturpolitischen Ausschuss schon ausführlich Gelegenheit. Herr Kollege Promny, ich habe in diesem Ausschuss über fünf Stunden Ihre Fragen beantwortet. Ich glaube, da habe ich doch hinreichend nachgewiesen, dass ich die Opposition wirklich ernst trete. Ich glaube, die Bedeutung der Thematik rechtfertigt es deswegen auch, das hintergebotenen Kürze auch hier ins Plenum zu tragen. Diese Pandemie, dieses Corona-Virus stellt die ganze Welt vor immense Herausforderungen. Diese Herausforderungen machen auch weder vor der Bundesrepublik Deutschland noch vor dem Land Hessen Halt. Die Bundeskanzlerin, die ich in dieser Gelegenheit wirklich, weil es einfach so zutreffend ist, zitiere, spricht von der größten Herausforderung unseres Landes seit dem Zweiten Weltkrieg. Unsere Schulen, die Orte der Begegnung und des Miteinanders sind, in denen viele Tausend Menschen täglich zusammenkommen, um gemeinsam zu lehren und zu lernen, waren und sind natürlich in besonderer Weise von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Wir sind daher ständig dabei, in kürzester Zeit nie dagewesene Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, um die unkontrollierte Ausbreitung des Virus und die Überforderung unseres Gesundheitswesens zu verhindern, um die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler, ihrer Familien, der Lehrkräfte mit ihren Angehörigen und all der vielen weiteren Personen, die zum Schulbetrieb gehören, zu schützen und trotzdem den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen unter riesengänzlich neuen und unvorhergesehenen Bedingungen neu zu erfüllen und weiterhin zu gestalten. Meine Damen und Herren, ich habe schon im KPA allen diesen Beteiligten ein großes Kompliment dafür ausgesprochen, dass unsere Schulen diese Krise angesichts der Größe dieser Herausforderungen bislang sehr gut gemeistert haben. Ich freue mich, dass einige der Vorredner das auch hier an dieser Stelle noch einmal wiederholt haben. Am vergangenen Montag sind wir jetzt einen weiteren großen Schritt der Rückkehr zur Normalität gegangen. Mit der Öffnung der Grundschulen nächste Woche kommen wir unserem Zwischenziel nahe, allen Schülerinnen und Schülern noch vor den Sommerferien eine zumindest teilweise Rückkehr an die Schulen zu ermöglichen. Natürlich würden wir ihnen am liebsten die volle Rückkehr ermöglichen. Das ist das, was alle Bildungspolitiker sofort unterschreiben würden, auch alle, die draußen im Feld an den Schulen tätig sind, die Eltern und mittlerweile sogar die Schülerinnen und Schüler sowieso. Aber wir bleiben auch nach dem Schritt, den wir nächste Woche vollziehen, noch weit von einem Normalbetrieb entfernt, wie wir ihn vor der Pandemie kannten. Denn die Lage bleibt fragil. Wir müssen weiterhin ein Notfallmanagement betreiben. Das zeigt auch dieser Gesetzentwurf. Auch dieser Gesetzentwurf ist Teil des pandemischen Notfallmanagements. Das sieht auch jeder, der etwa die Beschränkungen des gegenwärtigen Präsenzunterrichts wahrnimmt, die ihrerseits allein aus solchen politisch begründeten Restriktionen resultieren. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich vermute, es wird einmal ähnlich sein wie bei mir. Ich bekomme im Moment Hunderte und Tausende von Zuschriften, ein Vielfaches von dem, was in normalen Zeiten anfällt. Ich verstehe das. Natürlich sind die Menschen von dieser Pandemie und ihren Konsequenzen zutiefst bewegt und ganz unmittelbar persönlich betroffen. Wenn Sie Kinder in der Schule haben oder selbst in der Schule sind, dann natürlich erst recht. Diese Zuschriften zerfallen grob gesagt in drei Kategorien. Das sind erstens diejenigen, denen das alles zu schnell geht und die sich weiterhin große Sorgen um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen machen. Ich kann diese Menschen verstehen. Aber wir können auf der anderen Seite auch nicht mit der Wiedereröffnung der Schulen warten, bis ein Impfstoff da ist. Das ist kein Ausweg. Die zweite Kategorie sind diejenigen, denen alles viel zu langsam geht und die sich um die Bildungschancen ihrer Kinder sorgen. Ich kann auch diese Menschen verstehen. Aber wir wollen ja nicht wieder in eine Situation kommen, wie wir sie Mitte März hatten. Dann gibt es drittens diejenigen, die einfach die Forderung erheben, man müsse beides verwirklichen, den Gesundheitsschutz und den Bildungsauftrag. Diese Menschen kann ich erst recht verstehen. Genau um die richtige Balance dieser beiden Zielsetzungen ringen wir permanent. Nur, meine Damen und Herren, die eierlegende Wollmilchsau existiert einfach nicht. Man kann sie zwar fordern, das haben wir in der letzten Stunde jetzt auch vonseiten der Opposition hinreichend erlebt, aber niemand wird sie jemals liefern können. Deswegen gibt es für vernünftige Politik im Moment nur eine Richtschnur. Kurs zu halten und sich Schritt für Schritt voranzuarbeiten, dabei auch immer wieder einmal innezuhalten und sich umzuschauen, um sich über den eigenen Kurs zu vergewissern und den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir haben das in dem Slogan zusammengefasst, den Sie alle kennen. Hessen bleibt besonnen. Meine Damen und Herren, so haben wir bislang agiert, und so werden wir weiter agieren, auch mit Blick auf das nächste Schuljahr, das wir natürlich schon längst vorbereiten, mit Absprachen in der Kultusministerkonferenz, wo wir am 18. Juni miteinander einen entsprechenden Rahmenbeschluss treffen wollen, mit einer Konzeptgruppe von Schulpraktikern, die den Blick für das Machbare haben und die sich gerade den Kopf zerbrechen, wie dieses neue Schuljahr gestaltet werden kann unter den Bedingungen der Pandemie, von denen noch keiner im Moment genau weiß, wie sie denn am 17. August aussehen werden. Das ist ja das, was uns die Arbeit so unglaublich erschwert, mit dem Landesschulbeirat, der hier vielleicht vor seiner vornehmsten Aufgabe steht. Ganz bestimmt werden wir das auch in diesem Hohen Hause wieder debattieren. Meine Damen und Herren, Hessen bleibt besonnen. Bleiben Sie gesund. – Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Lorz. – Für eine zweite Runde hat sich der Abg. Kaffenberger von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Es war nicht mein expliziter Wunsch, diese zweite Runde zu machen. Herr Kollege Schwarz hat schon angefangen und gesagt, dass wir uns in dieser zweiten Runde sehen. Insofern komme ich dem Wunsch natürlich auch gerne nach. Ich würde meinen kurzen Beitrag unter den Titel stellen – die Telekom-Studie als Grundlage der Digitalisierungspolitik an hessischen Schulen. Werte Kolleginnen und Kollegen, zwei Minuten am Smartphone auf meinem Platz haben ausgereicht, um einmal kurz über diese Studie zu fliegen. Ich würde jetzt vielleicht ein paar Kleinigkeiten aus dieser Studie und aus der Erhebungsmethodik hier sagen. Wen hat man da befragt? Zehn bis sechzehn Jahre alte Jugendliche, keine Grundschüler, keine Oberstufe, sind vollständig dabei. Vor allem, was steht da noch? Jugendliche, die als sprachlich integriert gelten. Da stelle ich mir jetzt die Frage, was denn mit Benachteiligten, die vielleicht besonderen Förderbedarf haben, unsere Sprache nicht so gut verstehen. Das ist also schwierig. Es sind auf jeden Fall Studienergebnisse, wo ich sagen würde, dahinter frage ich einmal kritisch. Weiter zur Methodik einer Online-Befragung. Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, dass eine Online-Befragung nicht das beste Mittel sein könnte, um herauszufinden, welche Schülerinnen und Schüler kein Gerät oder keinen Internetanschluss zu Hause haben, um an der Schule und an dem Unterricht im Moment teilzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Punkt kam mir ohnehin zu kurz. Was ist denn mit den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause keinen Internetanschluss haben? Es ist bei weitem nicht so, dass überall ein Festnetzanschluss zu Hause vorhanden ist und dann über WLAN die Kinder ins Internet können. Da gibt es vielleicht teilweise Smartphones mit Verträgen, wo die über das Handy-Internet reingehen, aber auch da ist das Volumen oft aufgebraucht. Das ist teuer. Dazu also kein Wort. Das fordern wir deswegen aus diesem Grund auch in unserem Antrag, mitzudenken, wie die Kinder und die Jugendlichen zu Hause ins Internet kommen. Herr Schwarz, kommen wir noch einmal auf Ihre 12 %. Das sind 88 % abzüglich der 100, die die Gesamtmenge der Befragten darstellen. 12 % sagen Sie. Was sagt denn der Kinderschutzbund? Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Jedes fünfte Kind ist fast das Doppelte von dem, was Sie sagen. Insofern kann ich nur sagen, dann sind Ihnen eigentlich die Hälfte dieser Kinder, die in Armut leben, offensichtlich egal. Herr Schwarz, das ist schwarze Bildungspolitik. Es tut mir leid. Das treibt mir die Schamsröte ins Gesicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Jetzt ist es ja so, wir bewegen uns in bewegten Zeiten in der Corona-Krise. Es ist so, unsere Wirtschaft läuft nicht unbedingt super. Wir laufen in eine Rezession hinein. Glauben Sie denn, dass es dann nicht mit den wirtschaftlichen Verhältnissen von vielen Familien unter Umständen noch schlimmer wird? Was ist dann? Diese Frage stellen Sie sich nicht. Was mich am meisten an der Sache schockiert hat, ist, wie Sie eigentlich Politik machen. Haben Sie den Herrn Diefenbach angerufen und gesagt, lieber Kollege, ich habe da so eine Telekom-Studie, die schicken wir doch einmal unserem Kultusminister und sagen, da steht drin, wir brauchen zwölf Prozent der Schülerinnen und Schüler haben kein Gerät, dann machen wir einmal fünf Millionen mehr, dann passt das ungefähr. Das ist doch keine Grundlage für eine ordentliche, fundierte, sachliche Politik. Gucken Sie sich andere Studien an, schauen Sie sich an, wie viele Schülerinnen und Schüler in SGB II-Familien leben, schauen Sie an, wie viele Kinder der Armutsbericht sind, und dann machen Sie eine fundierte Grundlage, am besten vielleicht eine Bedarfserhebung mit den Schulträgern. Das ist eine wunderbare Erfehlung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat gesagt, sie sollen das mindestens mit 10 %. Sie stellt 37 Millionen € nach dem Königsteiner Schlüssel für Hessen bereit und sagt, sie müssen mindestens zehn aufstocken. Das steht Ihnen natürlich aber selbstverständlich frei, da auch mehr aufzustocken. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN die Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA zusammen mit den anderen Anträgen Tagesordnungspunkt 47, Antrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 20 27 85, Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 20 28 24, Tagesordnungspunkt 72, Drucksache 20 28 44, in den KPA zur weiteren Beratung.